Hallo und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde. Neues Video. Ich habe ja hier vorbestellt, das neue, wo ich auch die Karten schon vorgestellt habe, die paar, die man schon sehen kann. Und wir haben auch ein paar Dailies, auf jeden Fall Fakt ist eins, ich mache jetzt Even Schamane. Und für den neuen Skin hier habe ich mir gedacht, ich führe den mal aus, den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und was lohnt sich da für mich am meisten momentan? Even Schamane. Den habe ich zum Teil so, was die Leute so mit dem Even Schamanen spielen, aber habe da auch so meinen eigenen Style reingebracht. Wie den Spuck hier zum Beispiel, den habe ich da nochmal reingesteckt und so. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie das läuft. Letzte Episode war nicht so gut gelaufen, die habe ich auch gerade aufgenommen. Also quasi die, die ihr davor gesehen habt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Videos veröffentliche. Ich glaube, ich mache die beide sogar an einem Tag, weil das aktuelle Dinger sind. Rastakhan gegen Rastakhan. König Rastakhan. Einer von uns beiden wird bald niederknien. Das ist natürlich blöd, dass wir beide Schamane gegen Schamane, aber ihr kennt mich ja, ne? Und dann auch noch Rastakhan gegen Rastakhan. Ich habe immer den Mirror Matches, ne? Ich habe immer da Pech. Aber wenigstens sehen wir vielleicht alle Emotes endlich mal von dem Ding. Wir haben unseren Fluch in unsere Stärke verwandelt. Das gibt es nicht. Auch noch einen Even-Schamane. Ich habe immer noch einen Schamane. Schwierig. Ah, ich hätte den Links daneben setzen müssen, egal. Ich glaube, daran wird es jetzt nicht scheitern. Der hört natürlich total sinnlos ein in dem Match-Up hier. Schade! Schade, 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 schade. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, 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 sch Ja. Die Loa sprechen mit mir. Okay. Ich glaube, Comeback ist real. Ich glaube, Comeback ist real. Obwohl, der wird hier, der wird ganz gut traden können jetzt. Immer mehr Value für den. Geht mit einem Face, ne? Okay. Ah Gott sei Dank. Das heißt, er wird sogar überleben. Ist natürlich super. So. Boah, ich mag Mirror Games gar nicht, ne? Verderbt die Bäume, verpestet den See und verflucht dieses Land. Oh. 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 Bitch lasagna, bitch lasagna 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ooh, 1 damage off. So, jetzt bitte kein Mirror Game und dann gucken wir uns mal die Emotes an. Ah, ich behalte die Hand. Sieht gut aus. Rastakhan König! Wir haben unseren Fluch in unsere Stärke verwandelt. Jetzt niederknien. Willkommen. Ihr dürft jetzt niederknien. Beeindruckend. Das ist die Ruhe, wo ich traue. Ich danke euch. Ich danke euch. So weit, so gut. So weit, so weit, so weit, so weit. So weit, so gut. Emotes. So weit, so weit, so weit, so weit, so weit. Weih, Pressure is real for den. Okay. Wir sind schon fast im Liesl-Bereich, ne? Blutbringer. Was hat es vor? Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Boah, zwei von denen, ey. Ja, das habe ich natürlich nicht so gern. Oh, mein Gott! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Das war's für heute. Ja, easy. So sieht's aus. Okay, Leute. Ich bin heute leider ein bisschen spät dran und hab nicht so viel Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. So ein kleines Even Schamanen bzw. König Rastakan. So ein bisschen Emotes gezeigt und so, weil ich das ja vorbestellt hab. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.